Okay, extra für Dominik. Hallo, YouTube! Komm, eins davon lässt du drin, ne? Und jetzt spielen wir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein, meine Maus ist viel zu schnell. Aber ich glaube, es gab es nicht, ne? Ich mache es mit der Maus. Warum ist sie so leise? Oh mein Gott. Das ist das creepigste Kinderzimmer in meinem Leben. Danke für die Unterstreichung meiner Worte. Danke. Hilfe! Okay. Warum ist das so laut und sie so leise? Warum? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, aber der Spiegel ruckelt. Also es ist ein bisschen low FPS, der Spiegel. Hätte ich mich erschrecken sollen? Ich liebe Raben, tut mir leid. Ich brauche einen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Er hat irgendwie in die Tür gegriffen und nicht an die Klinke, aber hey. Schau mal an diese Masse. Würde ich, wenn es ein bisschen heller wäre. Oh mein Gott. Was war das? Was? Hä? Was? Was war das? Das war in meinem Zimmer. Ich glaube, die Kohlsäure hat meine Flasche. Also, da, irgendwie hat die nachgegeben, glaube ich. Aber also, sie, sie geht zu, aber irgendwie. Trink mal ein bisschen ab, ne? Gott, ich bin... Also, im Spiel okay, aber wenn die Geräusche plötzlich nicht von den Kopfhörern kommen, dann ist es gruselig. Dieses immersive von dem Ansprechen. Ja. Das ist schon ekliger. Können wir noch mal was sagen? Jetzt ist die okay, oder? Das ist eine gute Lautstärke von ihr, oder? Oh mein Gott, bin ich klein. Okay. Oh, der ist voll laut. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Craze. You're not a spy, are you? Who's spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. Ich glaube, sie ist das Problem gewesen. Danke für den Clip, Winn. Dankeschön. Und zwar. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Jeremy? Where'd he go? I'll just post it myself then. Dann ist sie halt so leise. Kann ich auch nichts dafür. Ist das Speicher? Lobbyschlüssel. Wo sind die Lobbyisten? Hä? Weil du dumm bist. Boah, die nervt mich jetzt schon. Dankeschön. Boah, die ist so... Nee, das ist so ein richtig... Nee, nee, nee. Ich mag sie nicht. Nee. Kann sie bitte erwachsen werden? Boah, ich liebe es, dass ich alles einfach anwumpsen kann. Sie ist doch nicht leise. Nee, vorlaut. Hä? Das Haus spukt, glaube ich. Was ist das? Ach so. Da war irgendwas Weißes. Ja gut, äh, also... Kein King-Shaming? Doch. Oh, ich hasse Ohren. Oh mein Gott. Oh, sowas kann man... Sowas hat trägt doch kein Mensch. Die Uhr ist schlimm, nicht die Figuren. Aber die Uhr ist jetzt ruhig. Ich mag so. Obwohl da... Ja, das Geräusch geht. Das finde ich in Ordnung. So bleib ich. Es sieht so krass aus, ne? Okay, ich kann runter. Dann gucken wir erst mal, ob wir die Tür aufmachen können. Hallo, Jolimon. Hallo, Caruso. Okay, dafür brauche ich einen anderen Schlüssel. Danke, Sirs und Dames. Und, äh, weiß ich nicht. Das sieht so cool aus. Also jetzt mal ohne Mist. Also, wir müssen Layers of Fear natürlich auch abwarten. Und das kommt, glaube ich, im Oktober. Layers of Fear im Juni, das im Oktober. Aber die beiden werden sich ein heftiges Battle liefern, was das schönere, optische Spiel ist. Also. Weil Layers of Fear hat auch hoch. Ah, krasse. Sitz! Äh, ultra krasse, äh, 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 äh. Also, defekte. Oh, ich darf den Bären reiten. Achso. Äh, oh mein Gott. Äh, äh, äh. Hüß, Hüß. Hüß, Hüß. Hüß, Hüß. Oh, oh. Oh. Awesome, ich brauche deine Ruderarme. Ah! Okay. Ich finde echt gut, wie leise das ist. Kannst du bitte weitergehen? Boah, das ist ganz... Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? du sollst dich nicht in die plöre werfen du hättest für mich die lehrtaste drücken müssen ich nenne es fahrschuhmusik aber ja hallo ich habe einen brief ich finde auch gut dass er sich überhaupt nicht wundert was da abgeht finde ich gut was hier mit rollenschlüssel kannst du mal das wochenende jaja hallo oder das aber noch nicht ich dachte schon last night i drank that my uncle hung himself in the attic that we were too late the house looked different but it was still called dorsetto definitely a weird place feels like i've been here before i just can't think why let's not waste any time detective yeah you're right let's go get your uncle miss hartwood nein es war so kurz das dauert noch bis oktober ihr hättet ruhig noch zehn minuten länger machen können bei lair sophie wenn es so kurz gewesen wäre kein thema weil es kommt eh nach einem monat wenn ich jetzt vorm stellen drücke passiert nix oder oder habe ich jetzt fünf millionen mal geöffnet im hintergrund ihr m ach